Vorschlag zur Verpflichtung eines IEM-Kandidaten als IEM ist, ja, also ich bin, wie gesagt, stolz nicht, aber ich bin doch doll überrascht. Hättest du dann zugestimmt, wenn man dich gefragt hätte? Ja, hundertprozentig. Ja? Ja. Findest du das gut? Keine, keine, ja, hätte ich gerne, hundertprozentig, weil die DDR war mein Ding. Mein kleiner Bruder hat mich gefragt, ist es schön, Soldat zu sein? Na, da drückt ich mal drum, sag ich ja, sag ich nein, er fragt auf jeden Fall, warum? Die waren ja der Meinung, dass das eine gute Sache ist, für die sie hier kämpfen. Ich meine, wir haben teilweise 16, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Das macht man nicht nur wegen des Geldes, sondern das macht man auch aus Überzeugung. Der Zusammenhalt und die Kameradschaft, so, das hat gezählt. Es ist ja nicht so, dass man zum Grab der DDR geht und Blumen niederlegt und dann irgendwie nach Hause geht und alles ist gut. Es wird immer noch um die DDR gekämpft, um die Deutungshoheit. Was war die DDR? Markus Wolf. Hauptabteilung ist leider Aufklärung, ja. Das war doch Staatssicherheit, oder? Ja. Und was habt ihr mit ihm zu tun? Ja, wir kannten den von früher her mal irgendwie. Also ein Kegelsklub. Wir stehen da für dich, kleiner Mann, damit kein Unkopf ausbrechen kann. Wir müssen auf! Wir müssen auf! Und sollt nicht jeder aus ganz besonderem Holz sein, dass du trotzdem auf uns stolz. Furchtbar, furchtbar. Ich habe Schlauftabletten genommen und als ich aufwachte, waren wir in der Bundesrepublik angekommen. Es war eine schreckliche Zeit. Ich habe Schlauft.